Es ist bloß tatsächlich so, dass wir eine sehr hohe Off-Roll-Percentage haben. Das ist halt Zufall, ne, über so wenig Games. Woran liegt das? Naja, erstens spiele ich die beliebteste Rolle, also Mitte, ne. Und zweitens, ja, keine Ahnung. Okay, hatten wir irgendwelche OTPs gerade? Jetzt ist Kedui im Gegner-Team. Das ist tatsächlich auch schlecht. Weil Kedui im Gegner-Team macht immer Wun-Win-Nein. Ich glaube, ich bin aber Riven. Ich will nicht gegen einen Riven-OTP spielen. Das könnte ein Yon-OTP sein. Könnte ein Pyke-OTP sein. Sin-Ban? Ne, ne, ich muss Riven-Ban, Leute. Ich bin GP-OTP auf Top. Und, ähm, ja, okay, die Gegner haben jetzt auch Riven-Geban. Aber die Sache ist halt, wenn ihr ein GP-OTP seid, dann könnt ihr nicht gegen Riven spielen. Das Match-Up ist unplayable. Okay, wir haben, sag mal, ist das Agurin-Junior mit seinen Farming-Scale-Junglern? Okay, Sona ist schon besser. Deine Meinung gerade zu Twisted Fate? Äh, ist nicht so gut. Ich meine, du kannst ihn spielen, wenn du extrem gut auf ihm bist, aber ich würde es nicht empfehlen gerade. Also hier mal Story-Games gezockt. Äh, ein paar Horror-Games habe ich gezockt. Ich finde zum Beispiel Resident Evil Biohazard fand ich extrem gut. Was ist ein Story-Game? Guild Wars 1? Guild Wars 2? Heaven of Exile? Diablo? Dann Baldur's Gate habe ich gespielt. Age of Empires, die Kampagne. Da war der noch gehabt. Oh Gott, wir spielen gegen Don Sinnerias und Kedui. Und Thanks for Happy, die alte Legende. Hoffentlich ist das nicht schon wieder ein 80% Win-Rate und Top-Laner. Ist bestimmt wieder gekämmt. Ja, und bei Don Sinnerias wissen wir ja, was uns ansteht, äh. Du hast die meisten Wins der Wette, das kann dir keiner nehmen. Alter, ich habe so gegrindet, diese Wette. Ich habe mich so überspielt, äh. Es hat... Ich war ja... Ich bin... Ich bin immer so ein Beißer, wisst ihr? Bei sowas. Ich bin immer so ein Beißer. Der Sinnerias noch gepermat ist er, ja. Seit dem Losing-Streak bekommst du nie Mitte. Ja, also es ist wirklich sehr selten geworden. Vor allem jetzt, wo ich für Top-Second-Queue, kriege ich eigentlich nur noch Top-Lan. Vielleicht sollten wir wieder für Jungle-Second-Queuen. Ich meine, GP macht Spaß und alles, aber jedes Game-GP ist auch ein bisschen lame. Ich glaube, dass, äh... Tank-Adishi-Warner richtig gut ist in dem Game später. Ja, die Game-Scheißerei hier mit dem Cheese jedes Mal. Müssen leider flashen noch. Müssen leider tippen. Ja, na, na. Müssen leider tippen. Alter, das ist so disgusting, äh. Nicht jeder Scale-Level 1 gecheased werde von den Leuten. Nee, ist immer nicht gestorben. Sie hat keinen Ignite. Aber das ist doch ein Flash. Ich hätte einfach davor tippen sollen, ich weiß. Okay. Jetzt ein bisschen Stabilität in die Lane reinkriegen. Ich will Second in dem Fall. Na, ich glaube, nichts Gutes. What? Weil, das hat mich ja fast... Die hat mich da gekillt, ne? Weil, die hat mich da echt hier gekillt. Wenn die das eh trifft, bin ich einfach tot da. Das Match-Up ist... Tatsächlich ist das eigentlich ganz gut für GP. Allerdings nur, wenn dein Gegenüber nicht Ignite spielt. Das ist sehr wichtig für mich, der Out-Push. Natürlich hätte ich ganz gerne einen Last-Tip gekriegt, ja. Wenn das nicht drin ist, dann ist es nicht drin. Ich glaube, jetzt ist unser Jugger sehr stark. Jetzt ist er gespeckt, wie er ist. Und uns Sheen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich bin nur so weit hinten wegen Off-Roll. Mir hat das tatsächlich jemand zusammengeschrieben. Ich bin tatsächlich bei Fahrt die Person, die am meisten Off-Roll wird. Also mit ganz weitem Abstand. Irgendwie 20% mehr Off-Roll oder so. Aber ich meine, das macht... Also auch das ist egal für die Challenge. Es ist bloß tatsächlich so, dass wir eine sehr hohe Off-Roll-Percentage haben. Das ist halt Zufall, ne? Über so wenig Games. Woran liegt das? Naja, erstens spiele ich die beliebteste Rolle. Also Mitte, ne? Und zweitens... Ja, keine Ahnung. Am Anfang war es doch kaum Autofilled. Am Anfang war ich kaum Autofilled, ja. Es hat erst so vor einer Woche oder so angefangen, dass ich irgendwie jedes Game Autofilled bin. Das ist doch mal ganz schön eine Hitbox, der Scheiß, ne? Wäre wichtig, die Wave hier reinzukriegen, weil ansonsten sind wir wahrscheinlich tot wegen Ignite All-In mit Ult. Das ist echt lästig gerade, das Game, muss ich sagen. Irgendwie alles brennt hier. Nee, da ist keiner gestorben? Wenn alle so low haben, die beide geflasht, oder? Müssen die Wave ausdünnen, weil die uns so leicht diven können mittlerweile, ne? Einmal einen Pot nehmen. Ich glaube, die nimmt die Honey Fruit diesmal und dann kommt sie wieder. Ich weiß nicht, dass sie diesmal basen geht. Aber könnte sie, ne? Ich habe aber TP, aber das heißt, wenn sie basen geht... Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, wenn ihr Toplane spielt. Klar, ihr könnt Games gewinnen, wo ihr nicht verdient zu gewinnen. Aber ihr verliert halt auch Games, wo einfach nichts passiert. Ich hätte dich nicht flaschen müssen, ne? Ich glaube, die war schon am Disengaging. Das sieht eigentlich sehr gut aus für uns da unten. Ach, das war eine teure gesagte Wave. Die Annie hat überlebt? Au. Okay. Okay, wir müssen einmal jetzt weg die Base gehen. Dann TP'n wir nach oben. Das ist mir sonst zu risky. Der Nocturne war auch Top-Seite. Wir könnten einfach in eine Ulti-Kombo reinlaufen von den beiden. Wir könnten auch so theoretisch gedivet werden. Ich habe gerade keinen W, ne? Aber relativ bald unsere Trinity, really. Ich glaube, ich darf die Wave... Ich weiß nicht, ob ich die hier annehmen darf. Ja, man. Unsere Botlane steht nur für Null. Aber sonst sieht das klasse aus, ja. Wir können, sobald der Nocturne das nächste Mal ulti, können wir auf jeden Fall für Pressure gehen. Oh mein Gott, ich habe die Platte nicht gekriegt. Ich habe den dicken Shattern auf die Annie bekommen. Aber ich habe die Platte schon gerne auch noch gehabt. Actually, wenn ich jetzt hier, wenn die keinen TP hat, kriege ich hier noch eine Platte. Ich hätte gerne das zwei. Okay, das war dumm von mir. Das war sehr viel dumm von mir. Ich habe den Turret aber spät. Das ist zu spät. Dann wird unser GP aber echt wieder cleaner, muss ich sagen. Ich darf oben den Turret nicht nehmen wegen der Nocturne, oder? Warum geht denn die Shyvana nicht Tank-Shyvana eigentlich? Wäre das nicht viel besser, hier für Tank-Shyvana zu gehen? Ich bin so goddamn clean, Alter. Wenn ich da schon Helium-Geduct drin gehabt hätte, ne? Das ist tatsächlich aber Game-Winning gewesen, weil wir kriegen so viel. Wir haben gerade vier Turrets bekommen. Mein Barrel war weg. Habt ihr da gesehen? Mein Barrel war weg. Ich konnte das nicht kuhnen. Das stand im Bult. Das ist nicht normal, oder? Man sieht doch die Barrels normal. Habt ihr den Bug gesehen gerade mit dem Barrel? Deswegen ist die... Die Caitlyn ist gestorben deswegen, wegen dem Bug. Dieetend sind gestorben! Ich bin so schön, bzw. Der Gaddaal ist gestorben. Die Nacht ist gestorben. Wir haben uns ... ...zettet nicht zusammen in den Betrieb. Ich bin so viel. Ich muss nur Zeit rausholen. Ich werde nicht mehr durch. Das ist Free Nash für uns. Ich musste nur Zeit holen, wisst ihr? Ich musste nur Zeit holen, damit wir das Game gewinnen. Soll ich Sterakus gehen oder Hullbreaker? Wenn wir Teamfighten wollen, sollten wir Sterakus gehen. Ich glaube, ich will Hullbreaker mal testen. Vielleicht gehen wir Hullbreaker und Sterakus. Der Putnam hat auch noch Rave mitgebracht. Das war ein guter Top-Lin-Game, oder? Dann haben wir noch mal ein gutes Tank-Plan-Game auf der oberen Linie. Okay, wen holen wir jetzt? Spyro, I guess. Von Mentality-Man zu Rock-Solid-Man. Na gut, das ist ja dasselbe, oder? Rock-Solid-Man. Alter, steh ich dieses Game an. Beautiful, guys. Okay. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, Dritter zu werden für mich, Leute. In der Wette. Leider hat True Tooth gewonnen. Oh, Agorin ist Erster. Let's go. Alter, ein LP. Oh mein Gott. 1600 LP. Ich meine, irgendwann muss jetzt mal einer verlieren von denen. Irgendwann muss jetzt mal einer verlieren. Das kann doch nicht sein bei den beiden. Die weigern sich komplett. Das kann doch nicht sein bei den Binnen und Binnen und Binnen und Binnen und Binnen.